Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bett was Mit Blau klar Hallo Findest du das Bett auch so schön? Ja Möchtest du wieder das ein paar lieben, dass es spannender wird? Ja Muss man das Bett nicht abbauen? Aber ich dachte das muss man jetzt wegbauen hier so Maul Du kannst dein eigenes Bett Gibt es noch ein Bett? Meinst du es gibt noch ein Bett? Das weiß ich nicht, aber lass es uns herausfinden Oh yeah Gut Schade man Das müssen wir immer versuchen Wir müssen die richtig beschimpfen oder so Dass sie keinen Bock mehr haben mit uns zu spielen Ich bin dabei man Das ist eine 2x4 Map In der es eben keine Mitte gibt Und das wird ganz interessant werden Und wenn alles klappt schaffen wir vielleicht auch noch eine weitere Map reinzunehmen wo es ebenfalls keine Mitte gibt Von daher 2 Maps derselben Art Aber mit unterschiedlichem Design und unterschiedlichen Qualitäten vielleicht auch Auf was ich ein bisschen bezweifle Weil die Maps eigentlich komplett gleich sind außer dass sie anders aussehen Qualität Hast du noch ein paar Blöckchen? Qualität aus Bollen Gar nicht da aus Bollen Willst du? Okay die werden sich einfach über uns rüber bauen Wir haben hier keine Blöcke mehr Was 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 was? Was war das? Stopp 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 Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich weiß nicht Ist das Bett zu nö ne? Nee Das heißt wenn die an uns vorbeikommen ist vorbei Okay Theoretisch ja Theoretisch ja aber wenn wir an denen vorbeikommen Die rechnen vielleicht nicht damit Nein du Horst Mann Jetzt laufe ich extra wieder zurück Ja nix Spannung Ich dachte Spannung Das ist keine Spannung wenn ich jetzt hier 3 Stunden stehe Mann Ach nun komm runter da du Honk Okay kommst du da Ich hab ihn ich hab den Weg verteidigt Jetzt komm mit Blöcken bitte Ja Der eine kommt auch und läuft einfach runter Was ist denn das? Ich will Ich will doch nur da rauf Bitte Ich liebe dieses Spiel Ich liebe es Bitte bitte Geh weg Oh nein Oh nein Oh nein Es ist zu Gib mir Blöcke bitte Gib mir Blöcke Brücke Mann Wir bauen das Bett ab los Wir bauen das Bett richtig gut ab Ha Ha Au Nicht gut geklappt Ne Ne Ah okay Ich bin auch tot Hat sich auf jeden Fall gelohnt Ja auf jeden Fall Oh Mann Ach ja Das ist echt ein bisschen blöd gelaufen eben Ja eventuell Tut mir sehr leid Ich bin kurz davor selbst zu lieben Tut mir sehr leid Ich bin kurz davor selbst zu lieben Oh Zwei dumme ein Gedanke Wenn's nice Sieht ganz gut aus Oh guck mal hier Spitzhacken für uns Ja Droppst du eine? Danke Gerne Ich bin ja zutiefst verbunden für diese Doch Recht Das ist schon eine Wohltat gewesen oder? Ja So ein kleiner Robin Hood Du hattest viele Spitzhacken Gibt es denen die keine haben Oh Ich wäre fast Ah Bogen Nein nein Bogen 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 Oh Mann Mann Ich hab ihnen einen Hit gegeben Und du fällst einfach runter Ich bin nicht einfach runtergefallen Du bist richtig einfach runtergefallen Nein Natürlich Hier hast du ein Gold Komm stört sich wieder in den Tod Wie oft bist du heute schon runtergefallen? Okay Okay Tschüss Mann 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 Okay So Das scheint auf jeden Fall eine Feuern die hier gerade rein? Ja Richtig NEIN Was? Ich nehme ihnen das Eisen so kaltblütig weg Will mir eine Rüstung holen Schaff es nicht Das Eisen ploppt raus Und er kann es wieder aufheben Karma Is a bitch Mann Ich hab doch schon Lederrüstung Hier ich brauche das Bronze nicht Ich brauche das Bronze nicht Ich brauche nur ein Eisen Ich brauche Bronze Oh Ich hab ein Eisen Hier 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 Okay hier ist Bronze für dich Okay Zwei Das ist doch ein guter Tausch gewesen Wahrscheinlich wird unser Bett gerade abgebaut Wenn wir hier gut den Handel betreiben Es wird ein bisschen knifflig Glaube ich Was? Es wird ein bisschen knifflig Weil die haben Bögen und wir glaube ich nicht Knifflig? Knifflig? Die stehen zu dritt da oben Voll ausgerüstet Geh da jetzt nicht hoch Geh da jetzt nicht hoch Geh da jetzt nicht hoch Wieso nicht? Die stehen zu viert Oh 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 Hau ein paar runter wenigstens Okay alle stehen noch Alle stehen noch Respawn'e Junge Respawn'e Ich respawn'e Ich respawn'e Ich respawn'e was das Zeug hält Okay einer ist down Aber das war der Unausgerüstete Es kommt noch einer Hau ihn runter Hau ihn runter Nice Okay noch zwei Zwei Die muss kommen und die haben Bogen Die haben Bogen Ja 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 ich bin noch da Ich bin noch da Hallo Pass auf Ich glaube einen habe ich Nein er lebt noch Nice 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 Okay der wird schwierig Der wird schwierig Der wird schwierig Get ridet Ich hole keine Blöcke Ich hole keine Blöcke Warte Der easy win Easy win Rauf Nein 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 Du stehst im Weg Oh Gott Komm 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 Ja ich hab auch ein halbes nur noch gehabt Sorry, da kommt aber eine Pass auf, ne? Nein! Oh, ich dachte, ich kann ihn runterkicken Ist egal Okay Okay, ich bin erstmal hier und ich ragge Das ist gut Mehr bringt mir erstmal nichts Wobei, die werden keinen Bogen mehr haben Ich baue mich mal ein Stückchen weiter rüber Das war eine gute Verteidigungsaktion Das war richtig gut verteidigt, gerade von uns Ist eine spannende Runde, muss ich sagen Ja, okay, einer kommt, einer kommt Pass auf Aber unausgerüstet, aber er kommt Ach, fuck, ist egal Naja, okay, immerhin Okay Oh nein, die haben noch einen Bogen Was? Schon wieder? Wieso haben wir nicht so viel Gold? Was ist denn das? Weiß ich nicht, wo unser ganzes Gold hingeht Wahrscheinlich teilen wir ein bisschen weniger Mann Ähm Wie sieht's aus bei dir? Ich hab zwei runtergehauen Nice Wie auch immer, ich hab nur einen gehittet Also vielleicht freifällig in den Tod gesprungen Äh, okay, scheinbar hab ich doch beide gehittet Ich bräuchte aber Steine hier, wo ich bin Bin da Aber ich kann hier gerade ganz gut verteidigen Zumindest einigermaßen Ach, hier stehst du rum, okay Ja Kannst du mir ein bisschen was geben? Ich kann dir aber hier geben, Mann Du glaubst du nach hinten nehmen müssen oder so? Nein, da Komm Ich hab zwar nicht mehr so viel Leben, aber Das heißt nicht, oh, wir sind zu dritt hier Ja Wir sollten jetzt langsam mal da hoch Ja, ich weiß nicht, warum die das so machen Ist egal Ja, aber Ja Okay Ah ne, das waren nur die Pfeile, okay Ja Okay, jetzt alle zusammen rauf Wenn wir zu viert sind, haben wir eine Chance Go, 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 go Lass dich nicht runterschubsen Okay, warte, 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 warte Achtung Fall und Bogen Ja, ja, ja Nice, 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 nice Was ist das? Einen hab ich Noch ein Okay Einen hab ich Und den Ah, shit Aber den kriegt der andere Denk ich Alter, nice Puh, das war ne echt gute Runde, Mann Das war ne echt gute Runde, Mann Ja Sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Ich würde sagen Das war's dann mit Stronghold Und wir gucken uns gleich Noch eine weitere Map an Weiter geht es Mit Schmerzen In die nächste Runde Und zwar sind wir hier auf Battlechips Eine sehr, sehr coole Map, wie ich finde Auch wieder ohne Mitte Kein Die ist nicht allzu weit auseinander weg Aber halt sehr, sehr cool Oh Und das Bett ist hier hinten in so einer Höhle Okay, ich bin heute hier runter Geplumpst, komm ich wieder hoch? Äh, weiß ich nicht Sonst spring ich einfach runter Ja, muss ich wohl Ja, aber das ist ganz cool Da kannst du dich halt unten hinschleichen Zum Beispiel Und dann von oben hochbauen Die Map habe ich tatsächlich schon Ein, zwei Mal gespielt Gefällt mir sehr gut Also bisher von den Von allen Maps so die Beste Obwohl es eine 2x4 ist Aber die ganzen 4x3 habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt Da bin ich sehr gespannt Oha Da bin ich Wir sind schon seit Monaten draußen Bist du für einen Bad Wars Spieler, Mann? Ja, aktuell ist nicht so viel los Muss ich gestehen Hast du noch ein Eisen zufällig? Ja Mach mir mal eine Rüstung Bist du dumm? Ich muss selber ein Los! Okay Du hast keine Wahl Das ist meine Aufnahme Danach können wir gerne für dich aufnehmen Oh, jetzt habe ich zwei Spänner gemacht Aber du brauchst ja nichts mit mir Du hasst mich ja Ich hasse dich Ich dich auch Aber irgendwo ist es auch Liebe Äh, wie stehst du zur Theorie Dass Hass und Liebe genau das gleiche ist? Hass und Liebe ist gar nicht Kann hinkommen Es sind beides sehr, sehr starke Gefühle Und man muss sehr häufig an diese Person denken Ich mach ja solche Paradoxen Paradoxums Paradoxies Was sagst du zu der Theorie? Werfen wir mal Nein Der ist die gerade nach unten geworfen, oder? Bau dich mal schräg da rüber Zu dem hier Äh, das ist geil War ganz gut Oh, der macht es da oben schon Oh, ich... Beim nächsten Mal das Springen Das muss ich mir noch merken Ich bin auch Paradox-Anfänger Ja, ja, Mann Ähm, könnte ein bisschen kritisch werden Jetzt insgesamt Okay So Critical Wie sieht's aus da drüben? Wir sind drüben Okay Macht ihr das? Ja, ich denke Ne, ähm, ein Kollege ist auch runtergefallen Okay Ich bin hier aber hart am Stiesel Okay Wo ist das Bett? Äh, das Bett ist irgendwo in so einer Einbuchtung Von... Uns aus links gesehen Schwert zu sehen Uns aus links, da hinten Oh, toll Okay Au! Okay Kriegst du's hin? Vermute nicht Okay Ich bin auch gleich da Halt die nur einen Moment auf Oh, fuck Er hat mich immer noch spitzhergeklein geraapt Aber ich hab zwei mitgenommen Ja, okay Okay Okay, okay, okay Alles gut So, okay Ich hab keine Spitzhacke, verdammt Erinnerlich Ja, schon Ja, ganz gut Oh, der hat ein Schwert Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay, alles gut Noch hab ich sie Du musst aber kommen Du musst aber kommen Ich hab nicht Ich bin auf dem Weg Ich hab nicht mehr viele Herzen Ah, man Wer baut sich denn hier immer so gerade nach oben? So scheiße Nein, hier ist ein Roter Auf dem Weg bei uns Was? Okay Okay, unser anderer hat eine Spitzhacke Kümmer du dich um den Wir kriegen das hier hin Wir kriegen das hier hin Okay Oh, er hat schon wieder ein Schwert Okay, nice Andere Pärs noch So, eins Der kriegt mich noch Der kriegt mich noch Der kriegt mich noch Nein, mein Schwert ist kaputt gegangen Aber Nice Aber der andere hat ihn bekommen Ja Ne, doch, ich noch Ne, ich noch Irgendwie mit der Faust Krass Hä? Ja Voll den Rasierer Den Rasierer rasiert, man Gut Das waren beide Maps Schade, dass wir Die coolere Map von beiden Nicht gesehen haben Also Nur kurz gesehen haben Aber ich finde Ganz cool eigentlich Okay Wie es Wie es gelaufen ist Und ich würde sagen Wir sehen uns dann Morgen wieder Mit den nächsten Maps Oder beziehungsweise Mit der nächsten Sehr beeindruckend Sehr beeindruckend Very impressive Oma Oma Ja, die Map, die du gebaut hast Ist echt gut Ist gut Deine Oma hat sie gebaut? Danke Deine Oma hat die gebaut? Was? Ja Okay Nein Oma Ich will Ich will Schichtkraut Was? Schichtkraut? Ist das so gehackt Mit 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 Kohl Ja Das heißt Schichtkraut Bei euch Okay Immer wieder interessant Bei uns heißt es Schichtkohl Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Und ich gehe jetzt erstmal zu Eigentlich gehe ich nicht zu deiner Oma Aber bei uns gibt es heute Hamburger Als ob ich da jetzt hingehe, Mann Ich will auch Hamburger Oma Ich will auch Hamburger Oma Ich kriege auch Hamburger Ähm Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Und tschüss Ciao Hab dich lieb Ich Ich dich auch Nimm mich Hart Heuer Ich rede nicht mit dir Ich rede nicht mit dir Schreibt jetzt in die Kommentare Ob ich Geschlechtsverkehr haben werde Bis Ich muss diese Folge mal endlich beenden Tschüss Ciao Ciao Ciao